Was ist mit den Spielen aus Weißermann-Suralnotation? Also mit den Spielen aus Weißermann-Suralnotation ist es ein bisschen, als würde man gerade schwimmen lernen und dann sofort mitten ins Meer eintauchen, weil es so viele Regeln gibt und so viel gleichzeitig zu beachten ist, einfach damit man erstmal ins Spielen kommt. Keine Angst, man kann das alles der Reihe nach lernen. Und wir haben euch viele Clips vorbereitet, in denen ihr das machen könnt und euch euren eigenen Lehrgang zusammenstellen könnt. Und dann merkt ihr ganz schnell, dass wenn man sich traut einzusteigen, das wirklich eine ganz andere Art von Musizieren ist, als hätte man die Ohren noch viel weiter geöffnet. Und Schwimmen im Meer ist doch auch was ganz Wundervolles. Und es macht riesen Spaß.